Und da sind wir wieder, mit unserem lustigen Blauauge, wo wir noch immer nicht wissen wie er heisst eigentlich, The Quiet Man, was ist denn das, können wir das anschauen, nö, ah, Rosen, ah ok, Rosenblätter, guckt, eine Voodoo Puppe, was ist denn jetzt gerade los, hey, wie hat denn die da reingelegt, ah, der kleinst Ding, was ist das auch noch, Spiegel, ok, Spiegel schauen, ah, ok. Ok, die kannten sich wirklich von früher noch. Hi Waren sie zusammen oder befreundet, das ist nur die Frage. Käfig Hm, ist da ein Käfig drauf gewesen auf dem Foto, ne? Hm Hm, ok. Oh, hey. Da wollen wir schon wieder wieder Stress haben, ne? Und da kommt Maranda, ne? Geht schon? Ah ja. Na, da ist noch einer. Oh yeah. So. Na, sterf. Sterf. Komm, komm. Bats, bats. Hinten rein Krötengebein. Was ist das denn? Oh yeah. Wow. Explosionen von Aggressionen. Oh yeah. Alter. Später. Wir sehen uns später. Was ist los? Hä? Jetzt werden wir verprügelt, oder was, von unserem Vater, oder was? Verdammt. Eila. Was geht denn mit denn? Was ist denn das für ein A-Loch? Alter Schwede. Was geht denn da ab, Alter? Scheinlich gibt er uns die Schuld, ne, dass die Dings gestorben ist. Verdammt. Man konnte ja auch nichts dafür näher, dass sie nicht gewusst, ne, was da abgeht. Und. Na, komm. A-Land. Wie geht's? A-Land. A-Land. Zack. Zack, 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 zack! Zack, ey! Na? Was ist der andere Kollege? 1 zu dritt. Ohje. Oh mein, oh mein. Das war knapp. Ist die auf? Komm. Was spielt denn jetzt auf, weiter? Oh yeah. Der nächste ist schon da. Okay. Können wir in eine Runde U-Bahn fahren? Pssst. Okay, irgendwer beobachtet uns wieder. Das ist Bruce Willis, oder? So, dachte schon. Dachte jetzt wirklich, das ist der Bruce Willis, ne? Von Stipp Langsam oder so. Schaut aus, wenn das ein Kopf wäre, ne? Trenchcoat und so. Hm. So. Sind wir jetzt? So. 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 Ist das ein Voodoo-Zauber oder wie? Wie geht denn da ab eigentlich? Was machen wir jetzt hier? Das kann sein, dass es die Schwester ist von unserer Mutter und er will sie beschützen oder so oder fühlt sich verantwortlich wie ihr? Vielleicht, keine Ahnung. Es ist heute der Todestag von meiner Mutter und dann ist vorbeikommen. Könnte auch sein. Oder? Die beiden haben was am Haufen. Könnte auch sein. Ah ok. Was willst du hier? Komm mit. Jürgen mich. Das weg. Sie sind mir sicher, ne? Ja wahrscheinlich. Was geht jetzt ab? Haben wir jetzt ein Problem mit ihm? Oder? Schon wieder das Taschentuch, ne? Na ok. Dann machen wir mal schon einen Ausflug, ne? Wir haben mal Ganda. Hm. Ok. Also mir gefällt irgendwie die Atmosphäre hier in dem Spiel, ne? Da muss ich hier und so und das Ganze. Das hat schon was, ne? Ok, jetzt ist los. Das geht. Ja. Hm. Wahrscheinlich jetzt sehen sie gerade jetzt so Geschichten von früher von seiner Mutter. Hm. Warum müssen wir sie jetzt beschützen oder wegfahren? Und was wollen die Typen jetzt von uns, ne? Hm. Hä? Sie hat doch nichts verwandt mit uns, ne? Und anscheinend, wenn sie jetzt da ihn angräbt, sie ist mit unserem Freund, glaube ich, da irgendwie, ne? Ja. Ah. So haben wir den Club Moonrise. Ok. Ja. Man muss halt immer Rätsel raten, ne? Bei dem Spiel jetzt gerade, ne? Um was es da geht oder so. Man muss eigentlich seine eigene Geschichte dazu erfinden zu dem Spiel. Irgendwie. Das ist irgendwie gut gemacht, ne? Eigene Vermutungen. Ja. Das ist doch nicht mehr unsere Mutter. Oder wie? Hm. Oder es kann auch sein, das ist die Zwillingsschwester. Oder... Nee, gar nicht, ne? Wenn die mit unseren Kollegen zusammen ist. Wahrscheinlich. Ne. Oder es ist die Freundin bei unserer Mutter. Nein. Ich denke, zu viel nachher wird das, ne? Hm. Ich denke, wenn wir bei unserer Mutter kommen, Das verstehe ich jetzt nicht, das ist. Na? Ist die Zwillingsschwester, oder? Ja. Okay. Dann haben wir schon mal richtig geraten wahrscheinlich, hm? Okay, wer ist denn das? Hä? Ja. Ist das ein Assessin, oder so? Hä? Nee, nee, die sind von den Kurt da, ne? Ja, ja. Oh-oh. Oh-oh. Machete. Machete. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Verdammt. Verdammt. Malala, 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 malala. Wie hat er geschrien? Was denn? Wart er? Nein. Jaa? Jaa. Agro 5000. Wow. So. So. Kommt's hin. Jo. Okay, können wir laufen. Ah, da ist einer. So. Wir haben keine Zeit für die kleinen Fischer hier. Alter, wie verdrickt der Typ? Ah, okay, jetzt. Okay, raus da. Schnell, 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 schnell. Ja, was geht mit einem Vogelmann oder wie das ist? Ah, der hat eine Ähnlichkeit gehabt mit den Spatzen, die wir gefunden haben, ne? Ach du Scheiße. Das schaut nicht so gut aus, glaube ich, für uns. Aber wir werden das schon schaffen. Komm mal ran da. Hui! Au! Hey, hey. Pfff, scheiße, ey. Pfff, scheiße, ey. Pfff. Oh, ja. Oh, ja. Der soll den Scheiß Stab weggelegen. Haben wir den erledigt? Kann man den Baum rufen? Jawohl. Oh, ja. Oh, ja. Scheiße, ja. Oh, ja. Oh, ja. Gottstank. Weg mit der Scheiß Stange. Oh, nein! Nein! Verdammt! Ffff, fuck. Scheiß Reflexe, ey. Fuck, Alter. Wir hatten dem fast. Vertraue und glaube, es hilft, die göttliche Kraft! Okay. Puh, was für eine heftige Folge, ne? Aber es geht ja noch weiter, ne? In der nächsten Folge. Okay, ich bin raus. Ciao, ciao.